Ja hallo, heute sind wir in Immensen, östlich von Hannover, auf dem Betrieb von Familie Hattendorf. Unser Thema heute ist die Sonnenblume, wie man hier richtig schön sehen kann. Philipp war so lieb und wird mir heute ein paar Fragen beantworten. Vielen Dank dafür. Die erste Frage ist, kannst du uns ein bisschen was über die Region erzählen und über euren Betrieb? Ja hallo, freut mich, dass ihr vorbeigekommen seid und schaut euch das schöne Sonnenblumenfeld an. Unsere Region ist, also die Sonnenblumen stehen im schönen Immensen und wir liegen in der Nähe von Hannover. Wir haben hier einen sehr leichten Boden, also sehr sandig und dadurch ist es auch immer mit dem Wasserhaushalt, Wasserknappheit, wollen wir uns drauf einstellen. Und zu einer intensiven Kultur gehört natürlich auch eine nicht intensive, die auch mal Wasser spart. Und da haben wir die Sonnenblume gewählt und man hat die letzten Tage, wo es so trocken war, auch gesehen, dass sie dann erst richtig Luft holt, wo die anderen Kulturen doch schon ihre Blätter hängen lassen. Und deswegen ist sie, denke ich, sehr leistungsstark und ist eine gut gewählte Frucht hier in der Region. Okay, das heißt, ihr würdet auch in Zukunft auf die Sonnenblume setzen? Genau, wir haben uns mit einem Sonnenblumenschneidwerk ausgestattet, weil man mit einem normalen Schneidwerk doch hohe Verluste einfährt. Und da haben wir gesagt, wenn wir das jetzt probieren, dann machen wir es auch richtig und versuchen, das in der Region auch zu etablieren und verlustfrei und schonend zu dreschen. Und die nächsten Jahre, ob es in Ölern, also als Ölsonnenblume oder als Hühnerfutter, als Vogelfutter einzusetzen ist, ist das schon eine wichtige und günstige Futterkomponente. Und dies hat, denke ich, Potenzial. Okay, und warum habt ihr euch gerade für LG 5377 entschieden? Ja, das ist eine sehr gute, ertragssichere Sorte, die auf dem leichten Boden sehr standfest ist, kommt mit dem Wasserhaushalt sehr gut klar, ist eine frühe Sorte. Das war uns zum Anfang sehr wichtig, dass wir eine frühe Sorte haben, die nicht in die Wintermonate, wo es feucht wird, dass wir auch bodenschonend dreschen können und dass die eine vernünftige Abreife hat, weil es bringt mir nichts, eine Sonnenblume anzubauen, die nachher nicht abreift und nicht trocken wird und die ich nachher nicht beernten kann, sondern das war unser Hauptmerkmal und bei der Sorte liegen wir da, glaube ich, genau richtig. Vielen Dank, Philipp. Ihr habt es gehört, die Sonnenblume ist eine echte Alternative und deswegen probiert es am besten gleich selber aus mit der leistungsstarken Genetik von LG. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein.